Wie viele Fälle bearbeiten Sie zurzeit? 38. Was machen Sie mit dir? Ich bin von der Fürsorge. Ich heiße Emily. Lily. Weißt du, ich kann dir helfen. Sie hassen mich. Sie gehen in den Keller. Dieses kleine Mädchen hat gehört, wie ihre Eltern gesagt haben, dich schicken wir in die Hölle. Ich habe Angst. Polizei! Lily! Sie braucht jetzt ein sicheres und unterstützendes Umfeld. Und ich glaube, das kann ich ihr bieten. Wohnen Sie hier allein? Ja, nur ich. Nur wir beide. Sie kommt langsam aus Ihrem Schneckenhaus heraus. Zehn Jahre Trauma lassen sich nicht einfach in sechs Wochen heilen. Lily, ist alles in Ordnung? Ich kann Sie hören. Ich war im Haus. An der Schlafzimmertür der Eltern sind Riegelschlösser angebracht. Um Sie herum sterben Menschen. Nicht durch Ihre Hand. Sie sterben einfach. Sagen Sie mir, was los ist. Er wurde letzte Nacht getötet. Abgeschlachtet ist wohl der passendere Ausdruck. Haben Sie Angst? Das sollten Sie. Bleib weg von mir! Sie wissen, dass ich nicht verrückt bin. Emily, Sie warten nur darauf, mich zu schnappen. Sie geht weg! Sie werden nie aufhören. Lass Sie in Ruhe! Lass Sie in Ruhe! Untertitelung des ZDF, 2020